Ah, I see. Habe ich wenigstens das Set komplett. Das ist auch gut. Also, habe ich hier irgendwas verpasst? Scheint nicht so. Das Dokument kommt noch. Hier gibt es sicher noch eine Schiesserei. Was schon? Ziemlich sicher, dass es hier was gibt. Umi. Da ist was. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Zeppoku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Wie zum alten Gras! Scheiße! Ich muss sofort hier raus! Zu spät! Ach, wo ist der? Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ach, das ist gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ein wenigstens. Ein wenigstens. Ein wenigstens. Ein wenigstens. Jaa gut. Das bin ich natürlich selbst schuld. Ja gut, wenn ich natürlich so ganze Zeit aus der Deckung rauskomme, dann treffen sie mich, das ist logisch. Obte ich auch vorher wissen können. Äh, da dann bin ich nicht schuld. Shit, weg, da, weg, da. Autsch. Der kam von oben. Arschloch. Untertitelung des ZDF, Kjell. Achtung! Ja gut, könnt ihr eigentlich auch die ganze Zeit für das Talisman. Arschloch! Ja gut, okay. Mann, die Schießereien nicht mag. Das sind so viele Leute. 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 Verdammt. Okay. Immer an den scheitere ich. Aus welchem Grund auch immer. Arsch. Bixer. Okay, eine Wichter scrolle. Ja, das sind so viele Leute. Okay, das ist so viele Leute. Dann werde ich so viele Leute. Okay, das ist so viele. Dann habe ich dich zu. Okay, das ist so viele. Dabei bin ich so früh wie möglich eigentlich schon weggerannt, aber das war einfach zu spät. Okay, nochmal. Das ist so schade. Ja gut, das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Das ist ein bisschen der Nachteil vom Überleben. Aber man merkt es nicht wirklich, was passiert. Ich mache so perfekte Kopfschüsse, aber sonst trotzdem nicht. Ja, hier, hast du. Wir haben Feuer. Ah! P Soon! видatok Oh, oh, oh! Ich meine, vielleicht funktioniert es ja mit anderer Taktik. Komm schon, komm schon. Wo seid ihr? Ich werde es schossen. Ich schieße von der Seite. Ich habe es kein Wus. Wo bist du? Verdammt, vielleicht sollte ich mich mal treffen. Zur Abwechslung. So. Äh. Was war denn das? Arsch. Wichser. Weg da. Verlebens-Taktik. Das war ein Blindgänger. Wo kam der Schuss? Von hier. Ah, gut. Ruhe. Wie schön. Endlich Ruhe. Ich habe sie ja überall getötet. Tut mir ja wirklich leid, aber wenn man mit dem Leben bedroht wird, dann kann man auch nichts anders machen. gut. Oh, den habe ich noch nicht. Okay, da komme ich wohl nicht mehr durch. Ich weiß, das ist eine feige Taktik gewesen, aber irgendwas muss man ja machen. Wie komme ich hier rüber. Ah, I see, I see. Warum habe ich das nicht vorher gemerkt? Ich glaube, da habe ich auch ein paar Leute umgebracht. Oder nicht. Ich habe es nicht vorherreden, aber ich habe es nicht vorherreden.